Das Messias, wo ich Jesus responde, all mundo de hoy, bringt die Hoffnungswirtschaft mit Redner Walter Niefelt. Liebe Freunde, liebe Bruder, liebe Sester, für noch habe ich eine Frage. Läuftest du, dass Jesus dir all deine Sünde verjift hat? Das ist eine Frage, die vorhin gestaltet wurde, wenn wir gebeten wurden. So, was sagen wir, wenn ich sage, ich lebe das? Ich lebe an Gott, ich lebe an Jesus Christus. Ich lebe, dass er für mich gestorben ist. Weil, das vorhin habe ich diesen Glauben in unserem Kopf, aber nicht in unserem Hord. Warum sage ich das? Wie lebe ich das? Dass es so passiert ist, aber wenn es darauf ankommt, dann denken wir an all das Goude, was wir würden tunen, dass Gott uns annehmen hat. Dann denken wir, dass wir von der Church ein Goude Zeugnis haben, von allen Menschen. Und dann denken wir, dass wir das Goude tunen, dann wird Gott uns das vergraben. Dann wird er uns verzeihen. Die Bibel sagt, wer an Jesus lebt, der hat das Leben. Und wer nicht lebt, der ist all verloren. Die Goude ist der Schlüssel, um das große Wunder Gottes erleben, dass wir Vergewung kriegen, dass wir auf das Leben kriegen, dass wir Kinder Gottes werden. Das ist, ob wir in Goude handeln. Das ist ein Goude, weil wir so glücklich machen, dass ich sage, Dankeschön Gott, dass du mir alles vergraben hast. Dankeschön Gott, dass du mir alles verzeiht hast. Dankeschön Gott, dass ich dienen darf sein. Dankeschön Jesus, dass du mich frei gemolkt hast von allen Bösen. Weil wir anfangen zu danken, das steigt unser Goude. Das hilft uns, dass wir das in unserem Hord wirklich annehmen, und nicht bloß in unserem Kopf, dass uns Hord sagt, jetzt habe ich das. Und ich danke dir dafür. Und ich glaube, ich preis Gott. So Gott, nun beten wir dir vor dem Himmel im Namen Jesu. Und wir danken dir, dass du uns so geliebt hast und lebt hast für alle Ewigkeit. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du für unsere Sünde gestorben bist. Und ich danke dir, dass du uns unsere Sünde verjiebt hast von dem Dach aus, wie wir an dir lebt haben. Und dann schenkt euch die dort jeden Dach, weil er da ist, immer, wenn wir nach dir kommen. Und wir bellen dir um Jesus. Amen. Warte im nächsten Mal mit Wupplungsbauschaft. Wir sehen uns im nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.